Hallo und Willkommens zur wahrscheinlich letzten Folge von Ark Scorched Earth Insgesamt Survival Eurevice, weil Ja, ich find das Spiel nicht mehr so krass wie früher Ich möchte hier noch was machen, was ich hoffentlich in diesem Part schaffe Und zwar gibt es ja noch einige andere neue Kreaturen Entschuldigung, dass ich letztes Mal keine Stimme hatte, es lag an dem Webcam, weil die irgendwie angeschlossen war, keine Ahnung, ich hab das nicht so gescheckt Da hinten ist unser Thorny Drink, das ist auch so ein richtig krasser Ja, ein richtig krasser Die Motte? Ich weiß gar nicht, die ist, glaube ich Gestorben, oder irgendwie weg Keine Ahnung, die war ja Ja, jetzt ist er tot Toll, ne? Also hier in dieser Welt ist alles scheiße So, das sieht schon geil aus Aber Heftig Heftig Wie es hier abgeht Ähm Mhm Mhm Ja mal Nahkampf Ein bisschen Mit Essen Nahrung Obra Ich glaub, wir sollten mal Nahrung Immer reiten Wie sieht das Wie ist das Wie ist das schön aus, aber Sieht so cool aus wie das Oder? Einmal jetzt die Mutter fallen, wirklich Bleiben wir hier drauf Und zwar weiß ich nicht, wie lange ich die Folge mache Ich hab keinen Timer, also Kann das auch eine überlängende Folge sein Die sind alle eh so eine halbe Stunde lang Also länger als früher In der Staffe 1 Das ist wahrscheinlich das letzte Video, was ich für ARC gemacht habe Da auch inzwischen Ich eben gesehen hatte Dass das Spiel 70 Gigabyte, ja Aufgerundet Oh Aufgerundet 70 Gigabyte Beant Trägt Und das muss man sich mal Alter, da muss man sich Die Zunge Gehen lassen Oh, da ist halt einer Holy shit Genau die wo Nein Alter, greift doch mal an, bist du bescheuert Wie der nicht angreift Was für ein Wichser Der greift dich nicht an Na ja Das ist so blöd Weißt du, man spawnt einfach hier Wo ich mit einem Fleischfresser Komm, sei der Scheiß Ja Was soll ich anders machen Das kotzt mich auch an Im Spiel Ich dachte wieder Jetzt kommen wieder Fleischfresser Und mich töten Was ist das denn da? Was ist das denn? Terror Bird Okay, es zeigt die verschiedenen Tode von anderen Monstern Das können wir machen in diesem Part Mann, das ist doch scheiße Davon nirgends wohin trinken Du bist friedlich Du bist friedlich Du bist friedlich Das ist echt blöd Oha, die kommen schon zu uns Obwohl wir da oben hier sind Ich komme jetzt die Wand hochgeklettert Alter, läuft so wibbeln Das wärs jetzt wenn ich hier die Wand tue Schnell sein Boah, ich find das einfach nur blöd Das ist einfach Ach Das hier ist ein Terror Bird Das ist ein Dire Wolf Was sind wir denn eigentlich hier? Ohne Schieds kann man doch hier nicht überleben Sein mit Freunden Das ist logisch Ich hab aber leider keine Von daher Ich hab schon mal so Warte, ich komm hier Terror Bird Alter, das ist ja alles voll mit diesen Viechern Ich komm hier hoch Komm hoch Du bleib, der Kuh Du bleib, der Kuh Oh Ich baue hier eine Treppe Oder so hin Ja Es ist äh Ich stimm mal ein Was ich nicht Gern sehen würde Aber wir müssen es einfach machen, weißt du So entdeckt man ja gar nichts Den Kondi schon angehörst Guck Behindertes Vieh So jetzt müssen wir Mal suchen, wo mein unser Das scheint ja noch zu leben Wo war das? Sieht alles gleich aus Da hinten hab ich irgendein An Vieh gesehen Da Ist das ein Gallimus? Das ist nicht da wo der Kno... ne oder? Doch, das ist doch hier Das ist doch die Brücke, die ähm Dann da drauf fiel, oder? Ah, was war da? Hörgelegen, oder? Das muss daher hier irgendwo sein Bin ich mir sicher Ja Ich stelle mich eh so leicht Weil wir unser Durst weggeht Gucken, wo hatten wir uns gekriegt? Das war da ganz hinten, ne? Das war da ganz hinten, ne? Da müsste eigentlich noch ein Leben Weil ich hab keine Meldung bekommen Ah Jetzt bekomm ich ne Meldung, dass er was gekriegt hat Da ist er Ich hab ne gute Orientierung Oh, die... das sind diese... Die... Scheiße, ich weiß grad den... Den schieb nicht dafür Da steht das da Jetzt hab ich mir hier aufgeschrieben Ich hab hier so ein Blättchen Steht da ähm... Schatz Dickens, bla 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 Von Assassin's Creed Whitechapel Das ist auch Information An mich Trau ich echt gar nicht Die sind die... Inflationen überfordert Die Steuerung Ähm... Aber ja Nö... Es war aber irgendwas mit äh... Player... Scheiße Oh, er ist die grad Der weiß sich selbst zu helfen Mehr als wie... Ich selbst Das ist... Alter Hör auf Ist nicht zu spaßen hier Wir müssen ans Wasser Thorny! Haltet durch, Alter Wir müssen ja durchhalten Boah! Er ist nur Gegner Bäh! Was war das denn? Was war das denn? Muss ich nicht wissen Ein Fleisch wurde entfernt Ach du Scheiße! Guck mal da hinten Ah ne, es ist einfach... Bäh! Opa! Ach man... Ach man... Ach man... Ach man... Hier hast du nur... Was ist denn eine Springer? Scheiße! Scheiße! Hey! Hm 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 hm! Boah, wie hieß... Ging das nochmal? Warte... Fly... Ah, warte... Es geht trotzdem unter... Fuck... Hm hm... Guck mal... Was ist das denn für ein Bolliger da? Äh... Scheiße! Tch... Nichts... Egal... Nix... Ich hab das denn mit zweimal aufgeschrieben... Keine Ahnung... Nö... Ja... Sorry... Aber wenigstens ist es eher in Sicherheit... Hoffe ich mal... Lass mich aufsetzen... Hm... Steck schon da fest... Gute... Guten Tag... Bam... Eier... Bam... Die ganzen Knochen gesplittert... In den Arsch rein... Also... Manche suchen nach... Neueren... Tierchen... Die Terror-Birds sind auch ein bisschen... Wo fahr das denn? Pff... Ey du hör... Katze! Verpiss dich! Buck mal auf dich... Hey Terror-Bird! Kommt die Roke flogen... Wir sind zu doofen mit zu fliegen... Sieht aus wie ein Dodo... Nur... Schrecklicher... Was? Wie geht's da? Hm... Wir rennen mal da rüber... Ah... Kalamba... 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 Wo ist er? Ah da hinten... Da läuft ein Affe rum... Wo sind wir? Da... Stütz und Fleur... Da mal besser mit Überblick... Oh... Nein... Das kam gerade hoch... Da... Was ist das denn da für ein Kreis... Das ist ein Ei... Schon von... Was ist das denn da für ein Kreis... Das ist eine Wasserquelle? Uhhh Alter... Übertreib doch mal! Puh, wenn wir treiben es, weißt du? Ist man auch nirgendwo sicher, ne? Jungen in den Lücken kommen, Alter! Willst du mich verarschen? Ich sei doch wohl... So, jetzt aber. Letzter Versuch. Sonst muss ich jetzt schon aufhören. Das will ich eigentlich nicht. Aber es spielt einfach zu hart. Für unser Niveau. Guck mal, was läuft da alles rum? Der tut uns was, der tut uns was, der tut uns was, der, 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 der. Ich will es in Steinkohle umsehen. Och nö. Schneller, schnell, 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 schnell. Wo ist meiner? Dann müsste es doch hier irgendwo sein. Dann müsste es doch hier irgendwo sein. Wie ist alles ruhig. Kein Sound. Da läuft auch ein Zorn hier rum. Zorni. Da flackert irgendwas in den Busch. Zorni. Zorni. Ayramos. Ja, es ist einfach kein Einzelspielerspiel. Okay, jetzt gebe ich zu. Kingo. Da ist auch ein Kingo. Das ist ja nie cool, ne? Okay, Kingo. Ist der die Ip? Ach, der kleine Affe ist da. Ich denke gerade, was ist denn da? Woher ist ich da? Das ist alles nur selbe Zahndinger. Tiger. Ist das ein Dodon? Sieht aus wie ein Ei. Das war es wahrscheinlich. Ganz alt. Da ist ein Magennaro. Das ist ein Feind, ey. Oh ne Scheiß. Wir haben hier ein kleines Problem. Wassermangel. Da schnaubt's wieder. Da ist eine Schlange. Aber Drachen oder Steinkohlen, das finde ich leider nicht. Ich weiß ja nicht, wo die hier Drachen sind. Vielleicht auf den Bergen? Ich weiß nicht. Dran auf den Bergen. Was ist das denn da für ein Krebs? Ah, ein Skorpion. Scheiße. Oh, da ist auch noch alles. Voll böser Kreatur. Scheiße. Heide, ich komm. Boah, wie lang das geht. Scheiße, was da kann man nicht. Oh, das ist aber Miner. Was ist das? Guck mal, was ist das so Schwurbe? So. So, wir haben hier alles voll. Wunderbar. Weiter geht die Kreise. Die langsame Reise. Ich hab mir so ein Gully, die muss nehmen sollen. Die sind da die schnellsten. Tieren. Es sind Terror Birds. Nichts besonderes hier. Das sehe ich aus wie ein Monster. Die sind gegurtet hier. Ja, spreng die Klippe runter. Wow. Batsch. Das ist ein Gully, die muss. Sag mal, hallo. Die tun mir da was, oder? Das ist ein kleiner Äftchen. Oh. Was macht der? Wer kommt zu mir? Wer kommt zu mir? Egal, wie es ist. Wie es ist. Guten Tag. Ist ja schon wieder durstig. Hörst du tapsen, ey. Gleich schon mal erst, hörst du nur mehr tapsen. 塔atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Sehen ja schon so bedrohlich aus. Jo. Ah ja stimmt, die schmeißen ja auch. Ich dachte ja, na scheiße. Aua. Aua, ich hab beworfen. Alter. Alter. Zeig mal. Alter. Das kommt hier an. Sehen ja auch irgendwie cool aus. Ein Tempel. Wasser. 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 Was ist das denn? Die haben auch andere und verschiedene Farben. Ach der steht sogar die Größe. Okay. Ähm. Was ist denn jetzt los? Wo ist los? Hallo? Hallo? Hey. Was ist denn jetzt los? Was? Ach. Ich bin am Dreh headieren. Ach. Ach. Wie sind wir noch da? Ich dachte, ich muss jetzt aufhören. Boah. Wie viele Skorpione und Zornis. Lass uns da umgehen. Boah. Das sieht ja auch cool aus. Wie der Berg von unten pisst, das finde ich echt cool. Lass uns erwarten, was da oben auf dem Berg sich auf sich hat. Und in dieser Fall ist erfahrt ihr. Gar nicht. Ähm. Ja. Wow. Wow. Wo sind die Drachen? Sind das einfach nur Special-Dinger? hm. Weiss was. Ich walk mal hier rum. Wie werden das Sterben jetzt? Walk ein-Game. was habe ich gesagt du hast dich selbst getötet damit das spiel beendet wird hey da wo ist man denn hingegangen ich dachte ich wollte eigentlich noch mal hier rum gehen easy ja klar ich meine von level waren die echt easy aber hallo bin ich aber gespannt ob hier was ganz anderes ist ich glaube wir sind am gleichen Ort das ist ein Aknator Wasserradar ok Ui 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 Aaaaah scheiss Insekten ein das ist die Sperrkraft hier auf dem Planeten Ui 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 Was geht das die Frau muss ich leider vorbei verabschieden Ui 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 Ey du da, give me your, your size, ey, nein, 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 eigentlich, aber du bist, nein, Terror Bird, greif den doch an, durch mich, du leck mich doch am Arsch, ja, da komm, hör mal jetzt mal auf, Wir sind ja schon über die ganze Welt-Elle reist. Ähm, hey, hier? Keine Ahnung. Naja. Wir sehen's dann in einem anderen Let's Play. Ich weiss nicht ob ich das in einen Part reinschmelzen werde. Doch, das geht. 40 Minuten fast, ja. Komm, haben wir Special. Ähm, ja, das ist einfach zu hart für mich. Und alleine ist es echt kein Spaß. Ich weiss nicht. 14, 15 Parts würden wohl reichen. Oder 14 Parts war's, ne? Naja. Naja. Wir sehen's dann in einem anderen Let's Play. Das wird jetzt wahrscheinlich... Ja, das Let's Play ist wahrscheinlich... bisschen... wenig. Weil ich hab jetzt... Arc beendet. Unerwartet. Aber... Naja. Dann die ganzen... Spiele wurden... Teilweise verschoben. Final Fantasy. Um... Zwei... Warte. Da... Zwei... Ja. Zwei Monate. Final Fantasy. Dann ähm... Da war noch was... Was verschoben worden ist. Es verschiebt sich momentan echt alles. Echt schade finde ich das. Ähm... Da war noch irgendwas. Ich komm mal leider nicht drauf. Hm... Keine Ahnung. Naja. Mittlerweile läuft ja Outlast, The Witcher 3 und... Fallout 4. Das sind aber momentan die einzigsten, glaub ich. Okay, meine... Unterresten werden nochmal gegessen. Schön. Naja. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao.